So meine lieben Freunde, neues Video jetzt hier mal wieder. Wir haben jetzt noch dreimal schlafen und dann kommt ja fast schon vorgezogenes Finale gegen Gelsenkarpunkt und es wird wirklich richtig, richtig spannend. Von daher, heute ist wieder am Dienstag um 21 Uhr, diesmal bei Nico auf Twitch, unser Fußball-Talkknife und Nico hat schönerweise den Francesco eingeladen, seines Zeichens der Schalker auf YouTube und Schalke-Fan, Kesti macht ja leider nichts mehr, aber ich freue mich trotzdem sehr auf Francesco. Also vor diesem brisanten Duell, da müssen natürlich ein bisschen Sticheleien auch verteilt werden, aber vor allem muss auch geredet werden, wie sieht es denn beim Gegner aus? Also ich bin da sehr, sehr gespannt auf das Gespräch, seid gerne mit dabei. Und ja, heute geht es hier um ein Video namens Leihspieler-Update, was ich ja immer so in den ersten ein, zwei Wochen des Monats mache. Wir haben ja immer noch sehr, sehr viele Leihspieler, auch wenn wir einige Laien aufgelöst haben, einige Spieler komplett abgegeben haben. Da kriege ich immer wieder die Fragen, wann kommt denn wieder das Leihspieler-Update? Deswegen machen wir es heute mal wieder und gleich mal im Vorhinein die Frage für euch. Wir haben uns im Stream neulich nochmal angeguckt, wie krass Ekellenkamp performt. Der 23-jährige ZOM, den ich persönlich wirklich ungerne abgegeben habe, schon im Sommer, ist ja echt gut am Performen in der belgischen ersten Liga bei Royal Antwerpen. Die sind derzeit Dritter mit ihm und er ist nicht unbeteiligt. Er hat in 26 Spielen fünf Tore sieben Vorlagen beigesteuert, also zwölf Torbeteiligungen in 26 Spielen. Ja, andere Liga ist klar, aber den vermisse ich schon, weil genau das ist ein Spielertyp, den wir im Moment leider überhaupt nicht haben. Und ich glaube auch nicht, dass der unfassbar viel verdient hat. Wie fändet ihr es denn, wenn ich ein Video auch mal wieder mache, auch wenn es eigentlich überhaupt nichts bringt, wenn man ehrlich ist, weil die Spieler sind weg? Ich ein Video darüber mache, wie sich die Spieler, die wir wirklich fix abgegeben haben, denn so geschlagen haben. Also ich rede jetzt von einem Lottger, ich rede von einem Delrosun, ich rede von einem Ekellenkamp. All diese Spieler, wie haben die sich entwickelt, die jetzt fix nicht mehr bei uns sind, vielleicht auch ein Redan und so. Also wenn euch sowas interessiert, dann schreibt das doch gerne mal in die Kommentare, dann würde ich auch gerne da zum Video machen, wobei das hat schon ein bisschen komische Vibes. Ist ein bisschen so, als ob man seiner Ex-Freundin auf Instagram hinterher stalkt, ich weiß ja nicht. Aber vielleicht ist es trotzdem ganz interessant, um auch mal zu sehen, wie machen sich Spieler, die eben komplett aus dem Hertha-Kosmos raus sind und bei uns vielleicht performt oder auch nicht performt haben. Ich fände es ganz interessant, aber wir sind ja hier interaktiv, also wenn euch das interessiert, gerne die Kommentare rein. So und lasst uns loslegen mit den Leihspielern und mit einer unerfreulichen Laie, da brauchen wir jetzt auch gar nicht weiter ins Detail gehen. Wir hatten neulich auch einen Rot-Weiß-Essen-Sympathisanten im Chat, der hat auch gesagt, es ist schon sehr, sehr enttäuschend, die Laie aus seiner Sicht. Und die Rede ist von Luca Wollschläger. Letztes Jahr unter Felix Magath Bundesligaspieler geworden, leider nicht getroffen, hatte einen richtig schönen Pfostenschuss gegen Mainz, erinnere ich mich noch, wo er weggerutscht ist. Er hatte diese Riesenchance mit Mitti zusammen gegen Bielefeld aufs 2-0 und dann wurde der Vertrag ja verlängert bis 2025 und er sollte verliehen werden in die dritte Liga, um dort Spielpraxis zu sammeln. Zu einem Drittliga-Aufsteiger, Rot-Weiß-Essen. Leider, muss man wirklich sagen, konnte sich der 20-Jährige da bisher überhaupt nicht im Ansatz durchsetzen bzw. Spielpraxis sammeln. Man hatte natürlich die Hoffnung, einen Platz mehr in der U23 für Nachwuchsstürmer zu haben, wie zum Beispiel Toni Rölke, was ja auch gut klappt, der performt ja jetzt ganz gut. Und dass er noch eine Liga höher, also in einer Profiliga-Spielpraxis sammeln kann, aber wenn man das jetzt so betrachtet, ist leider die Laie eine von vielen, die überhaupt nicht aufgegangen ist. Essen hat ja auch keine Kaufoption. Es ging wirklich nur darum, ihn näher ranzubringen, um ihn dann vielleicht später mal in der Bundesliga einzusetzen. Aber wenn man sich das jetzt so anguckt, dann denkt man echt, dann hätte er lieber bei uns in der vierten Liga in der U23 gespielt, denn er kommt weiterhin auf mickrige fünf Einsatzminuten. Unabhängig jetzt mal von dem Landespokal, den will ich jetzt mal nicht damit reinzählen, da hat er auch gespielt und getroffen. Aber in der dritten Liga fünf Einsätze und das nur 55 Minuten insgesamt, also im Schnitt elf Minuten pro Einsatz. War jetzt sechsmal nicht im Kader, wenn man die Verletzungen mal nicht berücksichtigt und wird auch sehr, sehr selten eingewechselt. Er kommt einfach nicht an dem Sturm, du Engelmann und Berlinski, vorbei, die es ja auch gut machen, aber er kommt halt nicht mal irgendwie zu kurz einsetzen. Das ist ja bei einem Stürmer schon nochmal was anderes als bei einem Innenverteidiger. Den kann man ja am Ende schon nochmal reinschmeißen. Kommt aber einfach nicht zu einsetzen, der wird zurückkommen und dann müssen wir überlegen, was wir nächstes Jahr machen. Natürlich auch abhängig davon, welche Liga wir nächstes Jahr spielen. Ich weiß, ich bin jetzt hoffnungsloser Optimist, ich glaube immer noch daran, dass wir in der ersten Liga bleiben. Die Leier hat sich leider überhaupt nicht positiv ausgewirkt und viel Zeit ist auch nicht mehr, dass die komplett umschlägt. Vielleicht kriegt er am Ende der Saison jetzt nochmal die Chance, Spielzeit vielleicht verletzt sich auch jemand nochmal oder wird gesperrt. Aber bisher sieht es bei Luca Wollschläger leider überhaupt nicht gut aus. Viel versprechender ist da tatsächlich die Laie von Marten Winkler, den ich vielleicht ein bisschen ähnlich ansehen würde vom Spielertypen wie einen Fabian Rehse, der zu uns kommt. Wo ich ja gestern im Video auch drüber gesprochen habe, wo ich mich sehr drüber freue. Könnt das Video gerne auch von gestern euch nochmal anschauen. Da ging es auch um die U19-Meisterschaft Hertha gegen Dortmund. Ich weiß nicht, durch einen Algorithmus wurde das irgendwie keinem angezeigt. Ich habe schon in den Statistiken geguckt, keine Ahnung, was da los ist. Und Marten Winkler auch in die dritte Liga verliehen, auch 20 Jahre jung, kann Mittelstürmer spielen, kann linker Flügel, rechter Flügel, hängende Spitze spielen. Auch er hatte schon eine Einsatzchance bekommen unter Felix Maggert, der ja gerne mal Talente reinwirft, auch in schwierigen Phasen. Konnte er leider überhaupt nicht nutzen, war da völlig überfordert gegen Leverkusen. Es läuft aber ganz gut bei Waldhof Mannheim. Seine Vertragslaufzeit, anders als bei Wollschläger, ist unbekannt. Also ich weiß nicht, wie lange der bei uns noch Vertrag hat. Es gibt wohl aber keine Kaufoptionen für Waldhof Mannheim. Und dort ist der Linksfuß schon gesetzt. Er spielt meistens auf dem linken Flügel, hat in 24 Spielen fünf Tore beigesteuert und vier Vorlagen, was eine gute Bilanz ist. Er besticht halt vor allem wirklich durch seine Geschwindigkeit und könnte dadurch, gerade wenn man absteigt, sage ich mal, interessant für uns sein. Je nach Vertragslaufzeit vielleicht auch nochmal verleihen. Es könnte sogar sein, dadurch, dass er ja Stammspieler ist bei Waldhof Mannheim, dass die Interesse haben, ihn zu verpflichten. Er hat jetzt einen geschätzten Marktwert von 350.000. Also da ist jetzt nicht unfassbar viel Geld rauszuholen. Da würde ich lieber gerade in der zweiten Liga ihn integrieren in den Kader. Ja, wir müssen ja sowieso gucken, was wir auf den Flügeln machen. Ijuke wird uns höchstwahrscheinlich verlassen. Luke Backe wird uns verlassen. Und dann ist er da auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Wir wissen nicht, ob ein Sona nochmal zurückkommt. Wir haben dann Richter, der für mich prädestiniert eigentlich eher in der Mitte spielen sollte. Und Rehse. Ansonsten haben wir nicht so unfassbar viele Alternativen auf dem Flügel. Vielleicht noch andere Jugendspieler. Also gerade wenn man absteigt, fände ich ihn sehr, sehr interessant. Er hat auch im Landespokal wie Wollschläger gespielt. Zwei Spiele, zwei Tore. Hat einen Kickernotenschnitt in der dritten Liga von 3,18. Was wirklich ziemlich gut ist. Also mal eine Laie, die für uns positiv verlaufen ist. Bin gespannt, was er da für einen Vertrag hat. Eine weitere Laie, die im Winter dann getätigt wurde, war Deo Seefeuk. Der junge Mann, 25 Jahre alt, kam ja für 4 Millionen aus Groningen. Hat jetzt noch einen geschätzten Marktwert laut Transfermarkt.de von 1,5 Millionen. Auch hier Vertragslaufzeit nicht bekannt. Er kam ja 2020, war noch eine Pretz-Verpflichtung. Ich denke mal, er wird Vertrag bis 2024, vielleicht 2025 haben. Hat leider ja auch nicht so ein geringes Gehalt. Die Laie nach Blackburn hat schon nicht funktioniert. Und leider auch die Laie zum Abstiegskandidaten der Serie A, Verona. Passt auch nicht so richtig. Die haben eine Kaufoption in unbekannter Höhe. Ich gehe jetzt schon davon aus, dass die definitiv nicht gezogen wird. Er hat ein Spiel bisher absolviert und das über zehn Minuten. Die letzten zwei Spiele war er nicht mal mehr im Kader. Verona steht weiter auf dem Abstiegsplatz. Hat sich zwar ein bisschen hochgekämpft auf Platz 18, aber hat immer noch vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer Las Bezzi. Es ist jetzt nicht so, dass sie das nicht mehr schaffen können. Allerdings muss man einfach sagen, kriegt überhaupt keine Spielzeit bei einem Abstiegskandidaten in Italien. Wieso sollten die die Kaufoption ziehen? Wird also bei uns wieder auf der Matte stehen. Vielleicht für die zweite Liga doch nochmal ein interessanter Mann, weil er halt die Körperlichkeit mit reinbringt. Aber da muss man sich wirklich fragen, wie hoch ist das Gehalt wirklich? Natürlich wird so geschätzt auf anderthalb Millionen. Will man das für einen Seevolk stemmen? Will man ihn nochmal ausleihen? Wohin will man ihn ausleihen? Welche Position sollte er spielen? Das ist ja auch das Wahnsinnige bei ihm. Er kam ja eigentlich als rechter Verteidiger, hat rechte Schiene gespielt, hat bei Blackburn hat er linke Schiene gespielt, hat neuner gespielt, wurde in den Testspielen vor der Saison dann mal auf der Acht ausprobiert. Da fand ich ihn eigentlich gar nicht schlecht. Vielleicht ist das seine Position noch. Irgendwie scheint man noch nicht so richtig die Position für ihn gefunden zu haben. Seine Schwäche liegt ja auch ganz klar, muss man sagen, ja, im taktischen Bereich einfach oftmals zieht er zu sehr raus oder ist dann auch zu brutal, dass man da Angst hat, dass er gleich wieder eine gelbrote oder eine glattrote Karte kriegt. Stärken ganz klar, Kopfballspiel, Geschwindigkeit und halt auch Zweikampfführung, auch wenn die manchmal zu hart ist. Aber Stellungsspiel lässt dann doch oft arg zu wünschen übrig. Ich mag ihn ja weiterhin sehr, aber ob er uns wirklich fußballerisch weiterhilft, ist eine andere Frage. Also auch diese Leier muss man leider mit einem Daumen nach unten beantworten. Nicht sehr von Erfolg geprägt. Auch die nächste Laie kann man nicht gerade davon sprechen. Müsian Maloli da. Ja, auch er kam für vier Millionen, Bobic Verpflichtung, hat noch Vertrag bis 2025, konnte sich bei uns unter keinem Trainer wirklich durchsetzen. Man hat es immer wieder mal in Ansätzen gesehen. Ich sage auch weiterhin, der hat eigentlich Fähigkeiten. Er ist schon ein Spieler, wenn man ihn so beobachtet, mit seinen Bewegungen, mit seiner Schnelligkeit, der eigentlich schon bei einer Abstiegsmannschaft ein Unterschiedsspieler sein könnte. Also ich bin mir fast sicher, wenn man den Mindset-mäßig hinbekommt, dass das so einer sein könnte, der zum Beispiel bei Bochum richtig gut funktionieren würde. Die ja auch viel mit schnellem Außen agieren. Aber dann brauchst du halt einen Trainer, der ihn richtig einsetzt. Wir haben ihn ja sowohl im Doppelsturm eingesetzt, als auch auf dem Flügel. Und man muss einfach sagen, bei ihm ist das ganz, ganz große Problem wirklich die Einstellung. Also prädestiniert dafür, beziehungsweise repräsentativ ist das richtigere Wort dafür, war einfach dieses Rückspiel in Hamburg. Ich erinnere mich immer wieder an diese Szene. Toussaint, alle Spieler, auch Boateng, alle sind gerannt. Man hat den schon angesehen, die brauchen gleich ein Sauerstoffzelt. Und in der letzten Szene, der wird eingewechselt, ist ein paar Minuten auf dem Feld und kriegt es nicht hin, wirklich den kompletten Einsatz zu bringen. Geht halbherzig rein, sodass Toussaint dann noch einen Foul ziehen muss und die gelbe-rote Karte kriegt. Das kam ja dann, ein Glück, nicht zur Verlängerung. Aber das ist so repräsentativ einfach für seine Einstellung. War ja schon bei Nizza ein sehr, sehr teurer Einkauf. Ist ja auch ein talentierter Spieler nicht. Umsonst hat er die ganzen französischen U-Nationalmannschaften durchlaufen. Aber auch bei Nizza konnte er sich trotz dieser Millionenablöse, ich glaube, die haben im zweistelligen Millionenbetrag damals eine Ablöse bezahlt, nie durchsetzen. War dann immer nur Bankdrücker und das hat sich ja bei uns unter keinem Trainer wirklich geändert. Er hat ja auch immer, man kann ja jetzt auch nicht sagen, dass er nicht Chancen bekommen hat. Er hat ja immer wieder Chancen bekommen, weil wir eben auf den Flügeln auch nicht so breit besetzt sind und vor allem letztes Jahr nicht waren. Aber er konnte sie einfach nie nutzen und vor allem eben seine Einstellung ist da, also es sieht zumindest so aus, man weiß ja immer nicht, was innerhalb der Spieler los ist, aber nach außen betrachtet war da viel zu wenig Kampf und viel zu wenig Wille. Ja, der wird wieder auf der Matte stehen, weil er gerade nach Frankreich ausgeliehen ist zu Start Rhin. Da durfte er am Anfang auch mal gleich von Anfang an spielen, hat ein Tor gemacht, aber jetzt kommt er insgesamt nur auf acht Einsätze, hatte hauptsächlich nur noch Kurzeinsätze. Die letzten sechs Spiele kam er nur noch auf 44 Minuten und war einmal sogar nicht mal mehr im Kader. Sieht also nicht so aus, als dass Start Rhin, die eigentlich gut performen und in der oberen Tabellenhälfte der französischen Ligue 1 ihn fest verpflichten wollen. Also wird er wieder auf der Matte stehen und da muss man sich auch fragen, der wird kein allzu geringes Gehalt haben, wenn er schon vier Millionen Ablöse gekostet hat und von Nizza kam, wo er bestimmt auch nicht schlecht verdient hat, wenn er so eine Ablöse generiert hat damals. Dann muss man sich halt fragen, hat man dann den gleichen Trainer, welche Liga spielt man, ist die zweite Liga nicht noch schlimmer für ihn als Spielertypen oder kann er da der Unterschiedsspieler sein, kriegt ihn der Trainer, wer auch immer das dann sein wird hin. Bisher auch leider Daumen runter bei der Leihe, genauso wie bei Wollschläger und Seevolk wird wieder bei uns auf der Matte stehen. Auch dort soll es ja eine Kaufoption für den französischen Erstligisten gegeben haben. Santias Casibar erst nach Cremonese verliehen, wollte unbedingt weg, hatte seinen Wechselwunsch ja schon im Abstiegsjahr geäußert, wurde dann aber erst nach der Saison öffentlich, hat sich auch immer voll reingehauen, wollte unbedingt weg, ist nach Italien gewechselt, wurde auch dort nicht glücklich. Aus privaten Gründen wollte er unbedingt wieder zurück nach Argentinien. Dort ist er jetzt wieder gelandet bei dem Klub, von dem er damals auch nach Deutschland zum VfB Stuttgart wechselte. Er studiant ist, ist jetzt 26 Jahre alt, hat immer noch einen geschätzten Marktwert von 6,5 Millionen, hat allerdings nur noch Vertrag bis 2024. Das ist so crazy, wir haben 10 Millionen damals für den bezahlt, das war ja der Wunschspieler von Jürgen Klinsmann. Und laut Transfermarkt.de hätte oder könnte diese Ablösesumme mit Boni-Zahlung insgesamt auf 15 Millionen ansteigen. Ich denke mal nicht, dass sie das wird, weil sie wahrscheinlich an Erfolgsdinge gekoppelt war, ob man vielleicht internationales Geschäft oder Ähnliches erreicht, was wir ja nicht getan haben. Aber alleine 10 Millionen für einen Zweitligaspieler zu zahlen, der zwar auch jung war und auch ein gewisses Talent mitbringt, das will ich ihm gar nicht absprechen. Trotzdem ist er ja spielerisch nicht überragend. Er ist halt wirklich so ein Sechser, so ein Zerstörer, Staubsauger mäßiger Spieler, der auch die Mentalität mitbringt. Aber so einen Spieler kannst du auch deutlich billiger verpflichten. Aber darauf wollen wir jetzt gar nicht wieder eingehen. Bei Estudiantes scheint er wieder voll da zu sein. Er hat elf Spiele gemacht, drei Tore dabei sogar erzielt. Eine Vorlage, neun von den elf Spielen hat er komplett über 90 Minuten bestritten. Und die Kaufoption ist auch für Estudiantes vorhanden in unbekannter Höhe. Ich denke mal, die wird auf jeden Fall deutlich unter 6,5 Millionen liegen. Also auch da werden wir mit einem deutlichen Minus rausgehen. Aber bei welchem Spieler bitte nicht, den wir in diesen verrückten Zeiten verpflichtet haben, wo wir einfach viel zu viel Geld für Spieler ausgegeben haben. Ich denke mal, der wird auf gar keinen Fall zurückkehren. Der wird in Argentinien bleiben wollen. Wird dann wahrscheinlich einfach darauf hinauslaufen, ob man sich einigen kann. Vielleicht macht es Estudiantes, die schwimmen ja jetzt auch nicht im Geld. Vielleicht machen sie es so, dass sie erst sagen, wir lassen die Kaufoption verstreichen und verhandeln dann neu, um nochmal günstiger zu bekommen. Weil er hat ja auch nur noch einen Jahr Vertrag. Also wenn wir ihn abgeben wollen und er gehen will, müssen wir ihn ja in diesem Jahr verkaufen. Und letztes Jahr haben wir ihm ja die Freigabe erteilt. Und auch dort haben wir ja keinen Abnehmer gefunden für eine angebrachte Summe, sodass wir ihn auch nur an Cremonese zum Anfang verliehen hatten. Also ich glaube auch nicht, dass wenn er jetzt in Argentinien spielt, dass da die Klubs Schlange stehen, um für den irgendwie 6, 7 Millionen zu bezahlen. Also davon würde ich mal nicht ausgehen. Was man aber sagen kann, zumindest verläuft die Laie positiv. Das ist ja auch schon mal was. und wird uns, denke ich mal, nach meiner Einschätzung im Sommer dann verlassen. Eine weitere Laie eines Spielers, wo man jetzt im Nachhinein sagt, warum hat man den nicht vielleicht doch lieber behalten, weil man ja auch gesehen hat, wie Uremovic und Rochel teilweise performt haben. Linus Gechter, 19 Jahre jung. Wir haben uns alle damals sehr, sehr gefreut, nachdem er unter Paul Dardai zum Stammspieler wurde, auch aus der Not gedrungen, aber echt gut performt hat. Hat ja auch schon einige Preise im Nachwuchsbereich gewonnen. Er ist auch ein super Spieler. Er hat bei uns bis 2025 verlängert. Marktwert ist leider nochmal geschrumpft auf 3 Millionen. Da war ja schon deutlich mehr Wert laut Transfermarkt.de. Hat eine Abwertung bekommen. Wurde nach Braunschweig verliehen. Die Braunschweiger brauchten unbedingt Verstärkung im Abstiegskampf für die Defensivabteilung. Die haben am Anfang mit Dreierkette gespielt, mit Gechter. Jetzt leider spielt er nicht mehr. Er hat jetzt 5 Spiele bestritten, dabei eine Vorlage gegeben. Er hat da auf der rechten Innenverteidigerposition in der Dreierkette gespielt. Man muss leider sagen, als neutraler Beobachter, ich habe jetzt nicht jedes Braunschweig-Spiel live gesehen, aber ich habe mir jede Zusammenfassung davon angeguckt und auch öfter mal die Konferenz mir angeschaut. Er hat jetzt auch nicht wahnsinnig überzeugt. Wirkt er jetzt nicht unfassbar sicher. Was natürlich schade ist, weil am Ende ist er ein Spieler aus der Bundesliga, der in die 2. Liga zu einem Abstiegskandidaten verliehen wird. Und da erwarten wir natürlich schon, dass er spielt, dass er dort überzeugt und dass man einfach so dieses hat, wie zum Beispiel Mainz mit Paul Nebel, dass man sagt, boah, das ist ja ein geiler Zweitligaspieler. Ja, aber der gehört Mainz und der geht dahin zurück. Sowas hätte man sich ja gewünscht. Sein Kickernotenschnitt in 5 Spielen war 3,8. Das ist jetzt nicht katastrophal. Das ist aber auch nicht unfassbar gut, auch wenn man sich die Einzelstatistiken von ihm anschaut. Zweikampf, Zweikämpfe, Passquote etc. Ist alles durchschnittlich bis etwas unterdurchschnittlich. Ja, ich wünsche mir, dass er noch auf relativ viel Spielzeit bekommt. Gerade wenn wir absteigen, könnte das ja ein extremer Faktor werden. Aber selbst wenn wir in der Liga bleiben sollten, ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich deutlich schlechter ist als ein Uremovic oder ein Rochel, zumal die ja einfach wahrscheinlich deutlich mehr verdienen und er ja auch deutlich höheres Entwicklungspotenzial hat. Also das könnte halt einer sein, dass wenn er die nächsten Schritte macht, er ist 19 Jahre jung, wenn er die nächsten Schritte macht, dass er auch schnell wieder am Marktwert sehr ansteigt und dass es dann ein Kandidat wäre, wo man viel Geld generieren könnte bei einem Verkauf oder der halt sehr, sehr stabil bei uns in allen Verteidigungen wird. Ich meine, Uremovic muss man ehrlich sagen, jetzt zum Beispiel auch gegen Leipzig war er gar nicht schlecht, was die Defensivarbeit angeht. Aber da fehlt es halt einfach an allen Ecken und Kanten am Fußballerischen. Und die Defensivarbeit traue ich einem Gechter schon zu. Wir haben auch viele gute Spiele von ihm schon in der Bundesliga gesehen, in sehr, sehr jungen Jahren. Also da ist unfassbar viel Entwicklungspotenzial. Der wird zurückkommen. Braunschweig hat keine Kaufoption. Wir können jetzt nur hoffen, dass er möglichst viel Spielzeit bei den Braunschweigern einfach noch bekommt. Der nächste Spieler an der Leihliste ist Omar Alderete. Also Daumen bei Gechter vielleicht so seitlich bisher bei der Leihe. Der nächste ist Omar Alderete. Brauche ich jetzt nicht alles wiederholen aus dem Sommer. Das EK kennt ihr. Am Ende ging er dann doch zu Getafe, allerdings nicht zum Verkauf, sondern Leihe mit Kaufoption. Wir haben damals für ihn rund vier Millionen bezahlt. Auch dort hätten die Ablösesummen laut Transfermarkt auf bis zu sieben bis acht Millionen steigen können. Scheint in Spanien in der Liga zu funktionieren. Also sowohl bei seiner Leihe nach Valencia, letztes Jahr absoluter Stammspieler auf der linken Innenverteidigerposition. Ich glaube, der hatte da 15 gelbe Karten oder so. Ja, ist halt ein Raubein, ist ein kopfballstarker Spieler, aber auch er im fußballerischen Bereich in der Bundesliga überhaupt nicht zurechtgekommen. Muss man einfach so sagen. Ist jetzt 26 Jahre alt. Sein Marktwert beläuft sich auf rund vier Millionen. Kaufoptionhöhe unbekannt. Letztes Jahr hatte Valencia, glaube ich, eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen. Die haben sie verstreichen lassen. Und weil er so gut performt hat, dachte ich noch, naja, vielleicht wird er jetzt noch teurer. Aber sie haben ihn dann nicht fest verpflichtet, auch einfach, weil kein Geld da war. Dieses Jahr hatte er es schwer bei der Leihe oder diese Saison. Am Anfang war er wahrscheinlich auch einfach nicht fit, weil er bei uns ja die Vorbereitung nicht mitmachen sollte und da individuell trainiert hat. Jetzt ist er dann aber Stammspieler geworden, hat 14 Spiele bestritten, dabei eine Vorlage erzielt. Die letzten drei Spiele war er aber zweimal nicht im Kader. Ich konnte noch nicht herausfinden, ob er eine Verletzung hat oder ob er einfach nicht berücksichtigt wurde. Ich hoffe, es war, wenn dann, nur eine Verletzung. Getafe befindet sich derzeit auf Platz 15, also weiter mit dem Abstiegskampf in der La Liga. 30 Punkte. Valencia, sein Ex-Klub, wo er ausgeliehen war, ist übrigens auf Platz 18. Das ist der erste Abstiegsplatz. Das ist nur drei Punkte entfernt mit 27 Punkten. Schauen wir mal, was da im Sommer passiert. Laie könnte man schon so daumenleicht hoch, weil er eben zumindest die Spielpraxis bekommt und sich in der La Liga zeigen kann. Zumal er schon letztes Jahr La Liga gespielt hat. Also selbst wenn Getafe die Kaufoption nicht zieht oder sie absteigen und sich ihnen nicht leisten können, vielleicht gibt es dann andere spanische Klubs, die an dem Paraguayaner Interesse haben, der scheinbar dort in der Liga schon gut funktioniert. Vor allem eben in der Dreierkette auf der linken Innenverteidigerposition. Schauen wir, was im Sommer passiert. Einer wird auf jeden Fall zurückkehren. Ich bin sehr gespannt, wie wir diese Problematik in Form von Benni Weber lösen wollen. Benjamin Weber hat sowieso für mich einen ultraschweren Job. Er hat eigentlich gar keine Erfahrung und muss direkt zum einen Altlasten immer noch von Preetz tragen, die Bobic einfach nicht gelöst bekommen hat. Was ich jetzt Bobic nicht immer zwangsläufig vorwerfen will, weil das unfassbar schwer war, die zu lösen. Aber eben auch teilweise muss er die Fehler von Bobic ausbaden. Und ein Schwolo ausgeliehen Schalke, seitdem Fährmann im Tor ist der deutlich bessere Keeper, muss man einfach sagen, war mit daran beteiligt, auch wenn da ein, zwei Patzer dabei waren, dass Schalke auch diesen Aufwind wieder hatte. Spielt überhaupt keine Rolle. Die haben schon im Winter gesagt, die werden ihn nicht fest verpflichten. Ey, müsst ihr euch das mal vorstellen. Wir haben ihn für sieben Millionen verpflichtet. Das war ein Keeper, wo echt viele Klubs dran waren, wo ich mich damals so gefreut habe, dass wir den für sieben Millionen verpflichtet haben. Und jetzt hat er einen geschätzten Marktwert, laut Transfermarkt.de, als 30-jähriger Keeper mit so einer Bundesliga-Erfahrung von nicht mal mehr einer Million Euro. 900.000 Euro Marktwert. Sein Gehalt soll sich ja circa auf drei Millionen belaufen, wahrscheinlich mit Bonizahlung, vielleicht das Grundgehalt irgendwie zweieinhalb Millionen. Aber unabhängig davon, wie ihr jetzt teilweise Christensen findet, der ja immer noch ein Keeper ist, der jung ist und der Entwicklungspotenzial weiterhin noch hat, egal wie man ihn findet, also ein Schwolo können wir uns nicht leisten. Bei unserem Konsolidierungskurs, egal ob wir in der ersten oder zweiten Liga bleiben, da müsste das schon gefühlt wie Ortega so einer der Top-3-Keeper der Liga sein, damit wir sagen, komm, wir zahlen das Gehalt. Das Problem ist bloß, wer wird ihn abnehmen? Er hat jetzt bei Schalke, die derzeit auf Platz 18 sind, seinen Stammplatz verloren, hat bei uns nicht performt. Welcher Klub nimmt ihn ab? Und selbst wenn es Interessenten gibt, sagen wir mal zweite Liga oder irgendwie Ersatzkeeper oder so, wieso sollte er auf so ein Gehalt verzichten? Er hat noch Vertrag bis 2025. Er hat ja jetzt schon, als er nach Schalke gewechselt ist, um seine Karriere wieder anzukurbeln, auf extrem viel Gehalt verzichtet. Also wovon wir auf jeden Fall ausgehen können, ist, dass wenn wir ihn abgeben, ich glaube, da wird gar keine Ablöse fällig. Das wird dann ähnlich wie bei Selke oder Darida, da sagt man, Hauptsache Gehalt sparen. Wenn ihn einer kostenlos nimmt, dann gerne. Aber dann muss halt Schwolo bereit sein, auf das Gehalt zu verzichten. Ich meine, er ist 30. Wenn er nochmal seine Karriere ankurbeln will, dann sollte er es tun. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir ihn bei uns behalten. Das Worst-Case-Szenario wäre. Das wäre aber wahrscheinlich nicht sportlich bedingt, sondern einfach nur monetär. Man sagt ja, man muss leider, Christensen hat irgendwie doch irgendwo einen Markt. Den muss man irgendwie verkaufen, einen Überschuss generieren und um davon dann das Gehalt von Schwolo zu bezahlen und den dann einzusetzen. Ja, vielleicht passiert es so. Ich bin sehr, sehr gespannt. Er wird auf jeden Fall bei uns im Sommer wieder auf der Matte stehen. Laie, Daumen, ganz klar runter. Hat überhaupt nicht funktioniert. Genauso wie bei Piontech. Auch noch bis 2025 Vertrag. Soll er rund 4 Millionen verdienen. Damit bei uns absoluter Top-Verdiener. Hat sich bei uns nie durchgesetzt. Wir haben ihn für 25 oder 24 Millionen geholt. Sein geschätzter Marktwert beläuft sich nur noch auf 8,5 Millionen. Aber ich sage euch ehrlich, wie es ist. Ich glaube nicht mal, dass man diese 8,5 Millionen für ihn bekommt. Er ist jetzt ausgeliehen an Salah Nitana. Die haben eine Kaufoption in Höhe von 10 Millionen Euro. Laut Transfermarkt.de werden die never ever ziehen. Salah Nitana befindet sich derzeit auf Platz 15 mit 29 Punkten. Haben sieben Punkte Vorsprung vor dem Club Verona. Wohin ja Seevolk ausgeliehen ist. Also werden wahrscheinlich den Nicht-Abstieg schaffen. Dennoch, warum sollten die so viel Kohle für einen Stürmer ausgeben, der in 25 Spielen drei mickrige Tore erzählt hat. Und ich glaube, davon war sogar noch einer in Elfmetern und zwei Vorlagen. Also da werden die Interessenten nicht lange stehen. Auch nicht andere Klubs aus der italienischen Liga. Wenn man jetzt sagt, Salah Nitana will nicht so viel Geld ausgeben. Ich glaube, das können wir uns abschminken. Also leisten selber können wir uns den auf gar keinen Fall. Wir können den auch nicht auf die Tribüne setzen. Wir können, selbst wenn wir in der Liga bleiben, nicht sagen, komm, wir probieren es nochmal mit ihm. Vielleicht wird es der Goalgetter. Wir können keine vier Millionen für so einen Spieler bezahlen. Wenn Sandro Schwarz Trainer bleibt, ja, unter dem hat er ja auch die Chance nicht bekommen. Also könnte man jetzt auch nicht sagen, vielleicht unter dem Trainer nochmal neu anfangen. Ich weiß nicht, was man mit dem machen will. Den kannst du eigentlich nur nochmal verleihen. Es wird wahrscheinlich so enden, dass man ihn irgendwo hin verleiht. Er will ja immer gerne nach Italien, wo er auch anscheinend immer noch relativ beliebt ist. Deswegen gab es ja da immer noch die Interessenten. Kaufen wird den aus meiner Sicht keiner. Vielleicht für einen Spottpreis von irgendwie drei, vier Millionen. Bei einer Laie bin ich mir auch fast sicher, dass es wenige Klubs gibt, die vier Millionen Jahresgehalt stemmen werden. Also wenn wir ihn verleihen, gab es ja auch die Gerüchte, dass es jetzt schon der Fall ist und bei der Laie nach Florenz auch schon der Fall war, die ja beide nicht so wirklich erfolgreich verliefen. Also auch da wird er in Italien mittlerweile vielleicht dann auch anders gesehen, wenn wir bestimmt einen großen Teil des Gehaltes übernehmen müssen, selbst wenn wir ihn verliehen bekommen. Also das ist wirklich, das sind so eine Altlasten, die ja noch aus Prez-Zeiten stammen. Ich habe keine Ahnung, wie man so einen Spieler loswerden soll. Und auch diese 8,5 Millionen, er hat ja schon etliche Downgrades bei seinem Marktwert bekommen. Aber wer soll so eine Summe bezahlen für ihn? Bei drei Toren und 25 Spielen. Und man kann jetzt nicht mal sagen, dass er keine Chance bekommen hat bei Salah Nitana und dass er ja immer nur eingewechselt wurde oder so. Er hat echt viele Spiele von Anfang an gemacht. Er hat in der Alleining-Spitze gespielt. Er hat in der Doppelspitze gespielt. Klar, man könnte jetzt sagen, vielleicht sind einfach Klubs, die nicht oben mitspielen, auch einfach nicht die Klubs, wo er performen kann, weil er ist halt ein Strafraumstürmer, dem müssen die Bälle zufliegen und dann kann er sie auch machen. Bei Klubs, die um den Abstieg spielen oder im Mittelfeld der Tabelle, wo es wenig Torchancen gibt, da performt er nicht, performt vielleicht auch nicht, weil er einfach das Selbstvertrauen aus den letzten Jahren nicht mehr hat. Aber auch seine Einstellung war ja nicht die beste, als wir uns diese Trainingslager-Videos angeschaut haben. Das war ja gruselig, in sein Gesicht zu schauen. Da dachte man nur so, ei, 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 ei. Also wenn der immer so ein Gesicht zieht, so kann man aber auch nicht erwarten, dass da irgendwas an Leistung kommt oder dass er da von Anfang an spielen wird. Ich weiß ähnlich wie bei Schwolo nicht, was wir mit ihm machen wollen. Er kriegt seine Spielzeit, performt überhaupt nicht, auch hier Daumen runter. Leier hat leider wieder überhaupt nicht funktioniert. Man hätte sich ja gewünscht, dass er komplett explodiert, dass man ihn dann irgendwie für 10 Millionen verkaufen kann, was ja auch schon ein fettes Minus von 14 Millionen wäre. Aber das wäre noch so das geringste Übel, wie man immer so bei Investments sagt. Investments, die überhaupt nicht laufen, nicht immer noch frisches Geld, schlecht investiertes Geld nachschießen irgendwann, außer man hat da wirklich einen langfristigen Plan irgendwie. Wäre ja bei ihm genau dasselbe. Wir haben schon mal viel Geld für ihn ausgegeben. Wir geben jedes Jahr weiter viel Geld für ihn aus. Schnellstmöglich beenden dieses Missverständnis. Schreibt mir doch gerne mal rein, sowohl in der ersten und zweiten Liga, was ihr denn denken würdet, mit wem man vielleicht nochmal einen Neuanfang starten könnte. Also ob das jetzt ein Seevolk ist, ob das ein Mao Lieder ist oder ob ihr sagt, ey nee, die müssen wir alle irgendwie loswerden. Und wenn ja, wo soll der Markt für diese Spieler, die wir selber nicht mehr wollen, bei diesen Gehältern bestehen? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Morgen ist ja dann schon Mittwoch. Morgen ist ja der Tag der Pressekonferenz. Morgen wird es definitiv wieder das Video geben, meine gewünschte Aufstellung in diesem Finalspiel gegen Schalke. Die Aufstellung, die Sandro wählen wird, so eine kleine Review, auch wie wird der Gegner wahrscheinlich spielen, Pressekonferenz-Review und dann auch meine Tipps für den kommenden 28. Spieltag. Das erwartet euch dann morgen hier auf dem Kanal. Wir sehen uns heute Abend 21 Uhr bei Nico auf Twitch und danach bei mir. Macht's gut. Hau hee. Und wie sagt der Franzose immer so schön? Hope for the best, prepare for the worst. Mal gucken. Bis dann. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken.